Okay, machen wir weiter. Ach, falsche Richtung. So, da vorne muss ich weiter langrennen. Muss, 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 muss. Hm. Ja, die Bähnchen und ich sind schon eine gute Kombo. Was? Noch einer. Na, wo ist er hin? Dumme Kamera, verdammte Scheiße. Oh, nach Land. Komm. Ich kippe ja endlich aus dem Latschen, das gibt's ja nicht. So, mal eben schnell die Kamera da. Ach, die hab ich schon abgeschlossen. Oh yeah, meine Kamera. So, eine Leiche. Ähm. So. Gut, gut, gut. Da hab ich auch noch eine MP. Na, mal Patronen. Uh, ja. Ist hier hinter noch irgendwas? Bandagen. Und eine Leiche. Verdoller. Drin. Irgendwas ist hier. Der Käpte gegen den Big Daddy. Oh ja, der Käpte gegen den Big Daddy. Hier hat das Spanien. Was ist das? Ich weiß, was du vorhast. Du glaubst, du kommst damit, du? Super. Können wir gleich nochmal wieder einen Big Daddy fight haben. Hände hoch, Hände hoch. Ruhig zu. Mach die Siege. Nein, ich bin nicht vor. Sehr schön. Den nächsten Big Daddy besorgen. Nein. Du glaubst. Zieh Leine, du kleines Stück Dreck. Ey. Hey. So ist der. Guck hier's mal an. Lauf. Der Junge hat dir eine ordentliche Tache. Okay, jetzt reicht's. Du darfst den Schwanz einziehen. Ha, typisch für Parasiten wie dich. Keine Respektlosigkeiten. Oh. Dreck. Sahne. Das wird nicht funktionieren. Wo bist du? Ich bin einfach einsam. Ich bin allein. Mann. Finger weg von mir. Du wirst wackeln. Bier auf deinem Geschoss doch endlich. Wer ist da? Sahne. Gehen mir auf den Keks gerade die ganzen Hansen hier. Wer hat das gesagt? So. Oh. Ohne Scherz. Die sind nicht witzig. Toll. Ich stehe dich im Feuer. Wo ist jetzt der Big Daddy hin? Mann! Hier waren so viele Gegner, dass die mich jetzt von Big Daddy abgedenkt haben. Ah, den hört man aber noch in der Nähe. Sehr gut. Wo ist denn die Kamera? Da ist die Kamera. Gleich mal hacken. Jo, so, Kamera gehackt. Granatwerfer kann ich nicht mehr. Aber Power to the People, Waffenupgrade. Nehmen wir natürlich erstmal. Jo, viel habe ich nicht mehr. Ich nehme mal die... Granatenimmunität. Hacke eben den Automaten. Habe ihn erfolgreich gackt. Kaufe mir zwei Verbandskästen und weiter geht's. So, was geht hier nach? Links auf jeden Fall. Also, gehen wir erstmal in die anderen Appartements. Gucken erstmal nach, was da so drin ist. Oh, Sander Cohen. Ich kann deinen Flügelschlag in meinem Zuhause hören. Flatter, flatter, flatter. Komm ins Licht, kleine Motte. Komm her. Oh. Wie ich sehe, probierst du immer noch deine Flügel aus, kleine Motte. Bleib da und genieß die Show, wenn du willst. Aber bring sie mir ja nicht aus dem Rhythmus. Okay. Also, das heißt, ich darf sie nicht angreifen oder so anscheinend. Hm. Sander Cohen. Ich habe mir ganz vergessen, dass ich sie nur leben gelassen habe. Wie hätte er das gedacht? Toiletür ist zu. Mondschein absinnt. Ein Flaschabdisch, das war in Kantele. Gesundheit wieder her. Ich ziehe dir aber auch eine Menge. Ja, bla bla. Also, dann esse ich den nicht. Waschbecken. Kühlschrank. Rotz. Ne, hier gibt es nichts zu holen. Die Frage ist aber, wie komme ich da rein? Ich bin der Wurst, du Wichser. Oh, das sind Eis. Ups. Das ist ein Eisbastard, der wird ausgedacht, ey. Wann wirst du endlich lernen, Anweisungen zu befolgen? Ich komme jetzt runter, kleine Motte. Ich komme runter und lehre dich tanzen. Ja? Toll. Was geht denn jetzt hier ab? Oh, das ist Sender Cochman. Auch ein Houdini-Splicer oder was? Oh. Nochmal Bienen. Ja, die guten Bienen plus Feuer ist schon effektiv. Komm, komm zurück. Lass mich nicht so... Ah, mal ein bisschen mit der Pistole. Sender, 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 Sender. War's das mit dir? Wow. Das war's mit ihm. Und er hat eben einen Schlüssel dabei gehabt. Huhu, 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 ich kann da rein. Oh, Fontaine. Es ist meine Hand gegen dich zu erheben. Aber Geschäft ist gewalt. Power to the people. Yes. Das hilft auch keinem mehr, wenn der ganze Laden hier nur noch Futter für die Fische ist. Sehr betrunken. Verbandskästen. Sehr schön. Ach, du hast ja echt einen Spaß. Setz das über Leichen aufs Klo. Ja, äh, ich mach einen kurzen Schnitt. Und wir sehen uns in der nächsten Episode.